Du bist Selbstständiger oder Führungskraft und willst bis zum Sommer den Bauch loswerden und dafür sorgen, dass er nicht wieder zurückkommt, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Hey, mein Name ist Simon Matthies und ich habe über die letzten Jahre schon über 600 Selbstständigen und Führungskräften geholfen, den Bauch dauerhaft loszuwerden. Wichtig, ohne viel zeitlichen Aufwand, ohne Verzicht und vor allem ohne nachher wieder in alte Muster zurückzufallen. Und genau das ist das, was ich dir heute zeigen werde. Denn 90% der Leute, die haben es schon mal geschafft abzunehmen. Vielleicht gehörst du da auch dazu. Nur, irgendwann ist man wieder in alte Muster gefallen und das Gewicht kam peu a peu wieder zurück. Den Fehler, den die meisten dabei machen, ist gar nicht so hinten raus, dass man sagt, da war ich dann nicht mehr diszipliniert genug, sondern der Fehler passiert schon ganz am Anfang. Ganz am Anfang, wo du für dich sagst, beispielsweise, ich verzichte auf Kohlenhydrate oder ich esse weniger. Da entsteht schon der Fehler. Denn wenn diese Methode, die du machst zum Abnehmen, etwas ist, wo du sagst, das werde ich sowieso nicht dauerhaft machen, dann macht es überhaupt keinen Sinn, dass du damit anfängst. Denn ich habe mir früher auch gedacht, ja, auf Kohlenhydrate verzichten, das kann ich schon 5 oder 10 Wochen. Ich will ja nur den Bauch loswerden. Aber das Ding ist, wenn du damit aufhörst, logischerweise wird das Gewicht wieder zurückkommen. Das heißt, es ist von vornherein wichtig, etwas zu machen zum Abnehmen, wo du sagst, hey, das passt gut in meinen Alltag, das heißt, es braucht nicht so mega viel Zeit. Das Zeug, was ich esse, das schmeckt mir, es macht mich satt und ich kann weiterhin genießen. Wenn diese Punkte nicht gegeben sind, dann macht es keinen Sinn, dass du damit anfängst. Und ja, dann bin ich auf deiner Seite. Wenn du jetzt im Kopf hast, ja, abnehmen, nimmst du viel Aufwand und Disziplin? Ja, abnehmen kann sehr viel Aufwand und sehr viel Disziplin sein, wenn du es falsch machst. Aber abnehmen kann eigentlich auch ziemlich simpel sein. Schau mal, wenn wir uns jetzt mal Fett ansehen, das sind übrigens hier 2,5 Kilogramm Körperfett, das heißt, an deinem Körper wird es die mehrfach geben, sieht nicht ganz so schön aus, oder? Jetzt schauen wir mal, wie werden wir denn dieses Ding eigentlich los? Ein Kilo reines Fett besteht aus 7.000 Kalorien. Wichtig, es soll jetzt nicht zu theoretisch werden, das heißt, bleibt dran. Jetzt müssen wir, um dieses Kilo Fett loszuwerden, müssten wir jeden Tag zum Beispiel 1.000 Kalorien unter dem essen, was unser Körper verbrennt, dann werden wir jede Woche ein Kilogramm Fett los. Und das Ding ist, das ist kein Rätselraten, sondern das ist Wissenschaft. Das ist wie, wenn ich hier diese Reiskörner habe und die fallen lasse, dann weiß ich auch, dass die in der Schüssel landen und nicht irgendwie an die Decke hochgehen. Die Schwierigkeit in der Geschichte ist allerdings die, viele Leute, wenn sie hören, Kalorien, Kalorien einsparen, haben gleich im Kopf, ich muss mein Essen abwiegen, ich darf nur noch Salat essen, ich muss viel weniger essen, das stimmt nicht. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn wir hier gerade diesen Preis haben, exemplarisch, würdest du sagen, Reis ist was Gutes oder was Schlechtes zum Abnehmen? Gibt es die einen wahrscheinlich, die sagen, Reis ist eigentlich was sehr Gutes, die anderen sagen, das sind böse Kohlenhydrate, die sind eher schlecht. Gegenfrage, würdest du behaupten, ich habe jetzt leider keine Kartoffeln da, Kartoffeln sind besser oder schlechter als Reis zum Abnehmen? Spannend, weil das Ding ist, Kartoffeln könntest du zum Beispiel über die doppelte Menge essen wie von Reis. Das heißt, das ist beides Kohlenhydrate, aber wenn ich statt dem Reis einfach Kartoffeln esse, dann spare ich mir halt gleich mal pro Portion irgendwie so 200, 300 Kalorien. Da habe ich aber keinen zeitlichen Aufwand, da habe ich keinen Verzicht und mit diesen 200, 300 Kalorien könnte ich zum Beispiel gleich mal 2 Achtel Rotwein trinken. Oder anders gesprochen, um diese 200, 300 Kalorien durch Sport zu verbrennen, müsstest du über eine halbe Stunde ins Fitnessstudio gehen. Das heißt, die stumpfe Entscheidung, esse ich den Reis oder esse ich Kartoffeln, was dir vielleicht beides schmeckt, ist ein Unterschied von über einer halben Stunde Sport. Das gleiche, wenn du beim Italiener sitzt, welche Soße wählst du für deine Nudeln? Welche Nudeln wählst du? Sind das Spaghetti, sind das Gnocchi? Was für ein Steak isst du? Nimmst du zum Steak als Beilage die Wedges, die Ofenkartoffel, die Bratkartoffel? Das sind alles Entscheidungen, die absolut nichts damit zu tun haben, dass du Verzicht hast, dass du mehr Aufwand hast und sie werden aber alle dazu führen, dass du deutlich merkbar abnimmst. Und genau das ist der spannende Punkt. Wenn du mit sowas Simplem abnimmst, dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr damit aufzuhören, weil das Ding ist das, wenn du verstanden hast, wie du dir super leicht jeden Tag Kalorien einsparen kannst, ohne Aufwand, dann weißt du auch genau so, wie du bewusst Genuss einbauen kannst. Du sparst dir jeden Tag was, ohne dass du was tust. Und dann kannst du auch mal ein, zwei Gläschen Wein trinken oder mal irgendeinen Schwachsinn essen, das gehört halt zum Leben dazu. Und wir es trotzdem abnehmen. Das heißt, die Kernmessage eigentlich aus diesem Video ist folgende. Diese ganzen Sachen wie, ja, Kohlenhydrate reduzieren, weniger essen, wann am Tag ich esse, wie regelmäßig ich esse, Intervallfasten oder sonstiges, das kann alles funktionieren zum Abnehmen. Weil zum Abnehmen funktioniert so ziemlich alles. Die Frage ist nur immer, wie nachhaltig ist die ganze Geschichte? Und da muss ich ganz klar sagen, die meisten Sachen sind nicht nachhaltig. Damit ich den Titel von diesem Video erfüllt habe, ja, du kannst innerhalb von zwölf Wochen zwölf Kilo abnehmen, wenn du jeden Tag tausend Kalorien unter deinem Soll wirst. Übrigens, wenn du plus hundert Kilo wiegst, ist das überhaupt kein Stress. Das bekommt man auf jeden Fall hin, ohne dass man jetzt sich drastisch umstellen sollte. Das ist alles nicht so kompliziert. Und wenn du für dich sagst, hey, das hört sich eigentlich spannend an, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das bei mir persönlich implementiere in meinem Alltag und was bei mir so diese Fehler sind, die ich auf täglicher Basis mache, dann trag dich gerne mal für eine kostenlose Beratung ein, bei mir persönlich oder bei einem Experten aus meinem Team. Da schauen wir mal, ob das grundlegend beidseitig Sinn machen könnte. Schauen uns dann deine Ernährung an und geben dir Schritt für Schritt mit, was die Dinger sind, die du umstellen solltest, damit du ein Kilo pro Woche konstant abnimmst und vor allem nachher nicht wieder in alte Muster zurückfällst. Ich hoffe, ihr Video war aufschlussreich und ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss!